der koran das mächtigste buch der welt und im artikel drin steht da dass es nicht nur das mächtigste sondern auch das gefährlichste buch der welt ist hmm ladies and gentlemen boss and girls you know what time it is you do know what time it is it's your boy again she shared the one and only guys and we are back again today on this beautiful day guys ich bin schade schade anziger yes guys we are back we get i hope you guys are all doing well today so guys nothing too much here i'm gonna check out hegan revver you guys said to me check out hegan revver check him out okay he's another top notch german political kabaretist satirist anyway nothing too much guys we're gonna get it started but before we start make sure smash the like button subscribe give me some love okay and let's go show to action let's see what hegan has got alright let's do this first of all i'm gonna smash like i'm gonna subscribe okay alright then give us that quality content you're right you know you want to ask yourself to drop and click the path you are right who will see what kind of sugising we need to see those models evaluated i'm trying to make sure i'm trying to pilgrish i'm trying to scorch i'm trying to do this Ich kann es nicht. Okay. Er spielt die Musik. Also, die ganze Worte, als er spricht, gehen wir einfach einfach in. Also, du fühlst dich nicht die Pressure, die zu dir kommt. Es ist so, so viel brutale Kraft. Ich werde ihn nicht hören, wenn ich so spreche. Die Moslem-Bashing ist total angesagt. Jetzt sind sie dran, die Moslems. Die sind fällig, ich schwöre es ihnen. Früher hieß das Spiel Kanacken raus und kam aus der Unterschicht. Wann heißt das was called Turks out, ich kam für die lower class. Sie sind muslimischer Vater, wohnen mit ihrer Frau und ihren Kindern in Bochum, arbeiten bei Opel am Fließband, fahren morgens in der S-Bahn zur Frühschicht und da sitzt einer und liest dieses Ding gegenüber. Da hast du doch Lust auf Überstunden, oder? Wow, that would be very devastating. That would be very devastating. You'd be shocked. If I was Muslim, I'm gonna be like... Why are you coming for me? You know what I mean? Da sitzt einer und liest dieses Ding gegenüber. Da hast du doch Lust auf Überstunden, oder? Zu Gast bei Freunden hieß das noch vor einem Jahr. Das geht so schnell. Man hat sie ganz schnell am Wickel. Und das ist ja auch nur das Ergebnis von einer richtigen, wunderbaren Propaganda. Vor allem... And it's only just the outcome of this truly wonderful Propaganda. In einem Jahr fing das an, genau im September letztes Jahr, da gab's eine sehr sensible, einfühlsame Rede von einem deutschen Hochschulprofessor, der später Papst geworden ist. Sehr sensible, einfühlsame Versöhnungsrede, die leider total missverstanden wurde. Nur einer hat sie richtig verstanden. Das war der Spiegel und hat getitelt Papst kontra Mohammed. Papst kontra Mohammed. So kontra is versus. Papst kontra Mohammed. Klingt so ein bisschen wie Klitschko gegen Waloojev. Ja? Spalten statt Versöhnung. Ja. Das war wunderbar. Aber es war der Startschuss, der oberste Stichwortgeber für einen reaktionären Diskurs. Hier ist unser Professor. Und es ging dann heiter weiter, jetzt im März dieses Jahr. Und achten Sie darauf, immer ist der Hintergrund schwarz, wenn es um Moslems geht. Immer schwarz. So eine Ikonographie muss man auch bedienen. Dieses Jahr im März hieß es... Schwarz ist immer schwarz. Schwarz ist immer schwarz. So eine Ikonographie muss man auch bedienen. So eine Ikonographie muss man auch bedienen. Du musst dich selbst starker Ikonographie bedienen. Dieses Jahr im März hieß es... Mekka Deutschland, die stille Islamistische... Hmm. Hmm. Ja sicher. Das Zeug liegt überall an jedem Kiosk im Land. Und die Kinder lesen das. Und sie verstehen es aber nicht. Und die Erwachsene auch nicht. Okay. Aber es schafft eine Stimmung im Land. Und die Atmosphäre, ein Klima. Wir haben einen neuen Sündenbock. Wir haben wieder richtig auch Angst vor allen Dingen. Aber es gibt einen Mischung im Land. Und eine Atmosphäre, ein Klima. Und wir haben einen neuen Sündenbock. Und über alles haben wir endlich viel Angst vor allen Dingen. Angst vor allen Dingen. Angst ist ganz entscheidend. Natürlich. Und mit der Verzögerung von ein paar Jahren, wie immer, stehen wir jetzt genau da, wo die Amis vor ein paar Jahren standen. Nach dem 11. September. Hmm. Komplett paranoid. Wenn wir so Angst haben, ich habe mehr Angst vor dir. tracking und schaufil einerée vom Arm. Das 마음 vor allem Linux ist sehr das. Das sind die Stimme die Verte genommen. In unsere Zeit, ich glaube das zu schützen und dass das jeder Sicherlichkeit性 ist Ich bin bei der Christen wiarygirl- Ich bin bei das Moschlan-L Ltungen. Ich bin bei ihremiteit. Oh, ich bin Angst vor den Buddhisten. Oh, Angstmangelung. Wenn sie ihre Propaganda in allen Medien und überall senden, dann werden sie einfach Angst. Die Leute müssen lernen, sich selbst zu denken. Denk für euch selbst. Angst vor uns. Und das Gift der Angst wirkt. Und die Giftmischer von Busch bis Bin Laden haben unsere Hirne und unsere Herzen taub gemacht. Ja klar, es gibt hier im Land islamistische Radikale. Es gibt auch Nazis im Land. Beides wird nicht verboten. Wow. Es gibt auch Nazis. Still. Ich dachte, dass ihr euch abholfen oder was. Anyway. Das ist, was die News sagt. No more Nazism. Komisch. Ja, weil dann die Drohkulisse weg ist. Ja klar. Passagiermaschinen abschießen, weil da radikale Islamisten drin sind. Kann man drüber nachdenken. Lass uns doch mal Magdeburg bombardieren, weil da Nazis sind. Oder München oder Mannheim oder Köln oder Dortmund oder Hamburg. Kommt nicht in Frage. Spalten statt versöhnen. Und Europa steht da gelähmt vor Angst. Die Hosen voll und die Köpfe leer. Der Henrik M. Bruder, der hat sogar schon kapituliert. Ja vor wem denn? Vor seiner türkischen Putzfrau? Oder vor seinem indischen Hausarzt? Ja klar. Dem Henrik M. Bruder empfehle ich mal einen Besuch in einem Fatih Akin Kinofilm. Und anschließend einen Besuch in einer deutschen Hauptschule. Wir brauchen viel weniger. Viel weniger. Hm. Wir brauchen viel weniger von diesen Separationisten. Wir brauchen viel weniger. Hm. Ich glaube. Wir brauchen mehr Dialog. Wir brauchen mehr Dialog. Okay. Ja. Wir brauchen mehr Dialog. Aber weiter Dialogin. Okay. Die Schafmacher haben uns nach Afghanistan gebracht. Die Schafmacher machen dauernd Krieg. Wie wollen wir denn in Zukunft hier leben? Wollen wir uns nur noch anschreien in Zukunft? Die Hardliner sind auch tragische Figuren. Dieser arme Ralf Giordano, der hat sich so verrankt in einer bitteren, einseitigen Polemik. Der ist so randvoll vor Wut vor dem Islam. Und erЕНnt Der ist so randvoll. Er hat diese OK. Wir haben sie im Abd Das heißt, dass sie eine Gruppe unterstützt ist. Das heißt, dass er das sagt. Wenn du ein Dialog und eine Integration für Dialog machen kannst, dann wurde sie verletzt. Weil, nein, Separation. Das ist das, was er sagt. Ich meine, das ist nicht lustig. Aber er spricht. Wow. Es ist so, dass er den ganzen Publikum überrascht. Er sagt, wunderbar. Die Alternative zum Kuschelkurs, die können wir seit 20, 30, 40 Jahren im Nahen Osten uns angucken. Und in der Zwischenzeit werden hier unsere Bürgerrechte beschnitten. Wir haben den Moslem so fest im Würgegriff, dass wir gar nicht merken, wie der Schäuble uns hinten das Grundgesetz aus der Tasche fingert. Aber rucki zucki, so schnell können Sie gar nicht gucken. Es wird nur noch... Müssen wir aufpassen. Verdammt aufpassen. Es wird nur noch tendenziös und einseitig über den Islam berichtet. Über die gesamte Religion. Mit dem Bade alles ausschütten. Und dann noch eine Brise Zwangsheirat und eine Brise Ehrenmord. Und dann haben wir den bösen Moslem. Wir backen uns einen Feind zugeschaut und mitgegraut. Ehrenmord, Ehrenmord gibt es bei uns ewig schon. Immer haben wir Ehrenmord. Das heißt bei uns bloß anders. Familiendrama heißt das. Und das gibt es bei uns an Weihnachten. Doppelt. Aber hallo! An die eigene Nase packen. Ja sicher. Mal an die eigene Nase packen. Wir müssen uns um den Balken im eigenen Auge endlich kümmern. Aber man sieht den so schlecht. Weil da halt der Balkentone ist. Und dann kannst du schlecht gucken mit einem Balken im Auge auf den eigenen Balken. Das funktioniert nicht. Dann gibt es auch so Feingeister wie Günter Wallraff. Mhm. Günter Wallraff. Ein ausgeschlafenes Kerlchen. Günter Wallraff will jetzt unbedingt rauskriegen, wo ein Imam seine demokratische Sollbruchstelle hat. Günter Wallraff will jetzt tatsächlich die satanischen Verse in einer Moschee vorlesen. Ja. Das ist doch mal aber... Das ist doch aber mal richtig spitz, finde ich. Very subtle. Das ist doch mal ein Held, der Wallraff. Der Wallraff will Fundamentalisten kennenlernen. Dann soll er mal versuchen von Monty Python das Leben des Brian im Kölner Dom vorzuführen. Da kann er Fundamentalisten kennenlernen. Ja sicher. Wir müssen uns mal an die eigene Nase packen. Mhm. Das ist in der Mitte. Ja klar. Und Sie ahnen es schon und wahrscheinlich wissen es auch einige von Ihnen. Der aktuelle... der aktuelle Spiegeltitel an Weihnachten rausgekommen, hier diese Woche. Schwarzer Hintergrund, wieder der Koran. Ein aufgeklärtes Nachrichtenmagazin ist tatsächlich in der Lage, binnen weniger Monate immer mit schwarzem Titelbild über den Islam zu berichten. Rudolf Augstein rotiert im Grab. Das kannst du bis Mekka hören. Nicht mal der Klaus Kleber wollte da noch Chefredakteur werden. Das ist zum Auswachsen. Wunderbar. Das ist zum Auswachsen. Wunderbar, schön, weiter so. Ich weiß, Klaus Kleber, das ist verpasst. Die ganze Show machen meist extrem Dinge. Aber auch Klaus Kleber, das ist für mich zu extrem. Der Welt ist. Wir hatten schon mal eine Zeit in Deutschland, wo man Bücher für gefährlich hielt. Das war aber von einem braunen Hintergrund damals, nicht von einem schwarzen Hintergrund. Wehe uns, wenn hier demnächst die Moscheen brennen. Was heißt braun? War er über die Bibel? Also, mal ein Mal hatten wir in Deutschland, wenn Bücher für gefährlich hielt. Ah, ich glaube es muss die Bibel sein. wieder keiner gewesen sein. Prost Neujahr. Wow, yo, this guy's style is different but he just dropped some deep knowledge. Okay, some deep knowledge. Sometimes we hear a lot of things, but nobody bothers to do research, to understand the history behind it. We just take what's given to us. It's served to us. Okay, we just see the icing on the cake. We're like, ooh, it looks so beautiful. We just eat it. We don't bother to see how the cake really is, how the cake really looks. Okay, because all we see is the icing is the way it's presented. Okay, nice. And we're like, oh, believe in that. And the propaganda is underway, eating it up, like, without asking questions. Okay, we need to think for ourselves. Before you judge other people, you have to judge yourself. Okay, before you say whatever, look at yourself first. Even after looking at yourself, you shouldn't judge other people. Dialogue. Okay, we should dialogue. Okay, we need to talk. Talk things up. It might take a while, but it's the better way. Okay, he said the alternative to dialogue is what happened 20-30 years. I mean, now maybe like 50-60 years in Iraq, in the Middle East. Okay, and some of these are happening now. Okay, that is the alternative to dialogue. Okay. Ukraine and Russia are having dialogue. But now what they're having is the alternative to dialogue. And we don't want that. The losses, the lives, lost things. This is crazy. I come to watch things to laugh, and here I'm getting lectured, and I'm being sobered up, and I'm listening. And I'm actually looking at myself as well. Because of all the things I've heard on the news that I tend to believe in. But then I'm having another view. So think for yourself. Hagen Riffa and Hagen Reader. Yeah, this was good, man. Look at me. Definitely liked it. I liked the lecture. The lecture. Oh yeah, we need to fix ourselves. Human beings, we need to fix ourselves. Anyway, this video is your boy ShadyShadyWanna and OnlyCast. Do let me know if you think about this in the comment section. Also, let me smash the like button if you give me some love. It's gonna be a peace out. Oh, I love you more than what can say you are me. Oh, you are the light that's shining my way. You are me. Oh, I love you more than what can say you are me. Oh, you are the light that's shining my way. You are me.